Auf dieser Messe ging es neben Energie auch um Dinge der Luftreinhaltung. Man weiß, dass bei Umbau- oder Renovierungsarbeiten viel Staub anfällt, der natürlich gesundheitsschädlich ist. Dafür gibt es neuerdings eine Abhilfe. Im Prinzip kann man überall Tastkontroll einsetzen, also überall dort, wo es staubt, wo Emissionen sind, wo Pilze, Sporen und Staubpartikel und Asbestfasern herumschwirren. Im Prinzip spielt der Umweltgedanke eine sehr große Rolle und auch der Arbeitsschutz und auch die Gesundheit in den Bereichen, wo gearbeitet wird. Mit dieser Technologie wird die Luftqualität bei Arbeitsstellen wesentlich verbessert, was nicht nur für die beschäftigten Arbeiter vorteilhaft ist. Untertitelung des ZDF, 2020